Ooooooh Alle schon voll kaputt, obwohl wir noch gar nichts gemacht haben Nelly noch Ooooooh Ah, hier ist Mountain Racing Wollen wir erst mal wieder das Richtige fahren? Ich werde jetzt noch für Desert Trace, um mich auf Pilotsas vorzubereiten Was? Wollen wir noch nicht gemacht haben? Wollen wir noch nicht gemacht haben? Ah ja, die Wassermark, genau Hammer, wie lange die auf zwei Beinen stehen können Pros, das sind richtig Pros Ooooooh Ooooooh, ist das tief Ich vermisse den Labern Ooooooh 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 Ooooooo Ooooo Dessertratze? Ja Solosos? Solosos Nein, das wird mit C gestimmt, also zu Ich hätte gerade gesagt, Solosos Ich hätte nachgesagt Achso, ich hab Solosos verstanden Dann ist ja alles klar Alex macht es sich langsam gemütlich hier Richtig sexy Was bringt das? Ja, ein auf den man erwartet auch, dass die Gäste irgendwie hinlegen Machen wir jetzt einfach ganz rum einmal oder müssen aussteigen Wieso? Wohin? Was meint das? Weißt du wo die ist? Am Anfang Wie du willst Wir sind heute lang Ach Hallo Moin Boah Das sind die geilen Bahnen Das dreht halt Da wird nicht fein Boah, hey los Kommt gehen das Drehteil da rein Das ist halt 50 Das ist doch auch da Das ist toll vielleicht Da machen wir das Wo ist der Unterschied? Dass man da nach vorne guckt Ah Das gab es ja bei den Simpsons Wo die sich gegenseitig angespuckt haben Wusstet ihr eigentlich nicht, dass der Heidepark Der großen Merlin Entertainment Group gehört In eine starke Gruppe In diesem vierten weiteren Start Vater Auch faszinierende Unterwasserreise In den neuen Ziele Niederstand Rosinige Stadtgeschichten in Hamburg Ganschen Rückenloser Spaß für die ganze Familie Im Lieberland Dorfschland Gelund Und nicht nur an die Karte Die Felser So wie es dem Galerland In Italien Mit der Messe Premium-Jahreskarte Könnt ihr uns Und unsere Partner Für noch 60 Euro So oft Und so lange erleben Wie wir Das sollten wir mal machen eigentlich Dass ihr nur folgt Eure Tage Und eine Jahreskarte Dann jede Woche hinkommt Die Medium-Jahreskarte Anrechnen lassen können Und lediglich die Differenz bezahlen Ist doch voll geil Verlangweilt jeder Tag Ja, nicht jeden Tag Aber so mindestens einmal im Monat Dann verlassen Sie fahren Ja, bestimmt Eide Park hat doch bestimmt geschlossen Im Winter, oder? Eide Park hat geschlossen im Winter, oder? Eide Park hat geschlossen im Winter, oder? Das ist mir gar nicht aufgefallen Das hier so ein Limit Mittendurch geht Echt? Ja, stimmt Ja, das hätt ich jetzt filmen müssen So, Lino versuch mich grad mit Cent-Stücken hier Aus der Bahn zu locken Ob ich jetzt nicht herspringen soll? Ich weiß nicht Ich hab ja Höhenangst Und Wasser mag ich auch nicht so sehr Und es schlimm die Höhenangst Hast du Angst jetzt? Ne, das ist nicht schlimm Scream ist nicht höher, ne? Scream ist nicht höher Scream ist doch genauso hoch, oder? Scream ist doch genauso schlimm Wenn die Höhenangst Scream ist doch nicht höher, oder? Scream ist doch nicht höher, oder? Warte, gucken wir mal Scream ist doch nicht höher, oder? Da ist auch der Boden her Das ist wie du saust, weil es weiter weg ist Ach, der Boden höher Ach, der Boden höher Ach, der Boden höher Schlaf ist doch nicht höher Wie alle schlafen wollen? Ach, der Boden höher Hä, der Boden höher Ja, das ist schon kaputt genug hier, das zu filmen. Das ist alles schlafen weg, Alter. Das muss man drin lassen. Was geht? Wenn wir jetzt drei Dinger teilen und wir jetzt einen ganz breit haben? Der ist ja geil. Was? Was ist denn? Was denn? Aber wir wollen hier wieder aufschlafen. Ach so, ihr wollt hier pennen? Ich soll die Beine so rausstecken. Hier so rausstecken dann. Werden die Schuhe nebenbei geputzt. Die Bäume, ne? Ich hoffe, du schließt hier dann so eine Woche durch. Machst du auf und deine Schuhe sind so weggerieben. Also so, weil du so eine Million Mal an diesen Bäumen entlang gestrellerst. Ja, da sind so Löcher drin, genau da wo die Bäume entlang gehen. Da sind so Streifen drin. Und hier fehlen dann auch so ein paar Zehen und so, ne? Genau, mit dem Zug fahren, der hier unten langsetzt. Ja, komm, das ist genug. Wir können auch wieder verlassen, ey. Das ist extrem geil, oder? Was, welche, was, welche, was? Darfst du da noch mitmachen hier? Da kommen wir gar nicht rein. Nein? Ich glaube nicht. Ich auf jeden Fall nicht. Ja, du. Oder ich kann noch sagen. Stimmt ja. Oh, was ist das denn hier? Ah, das ist doch genial. Das ist doch genial. Baron Minchhausen. Ja. Ich meine wegen der Fernsehserie. Machst du was? Und dann nach Hause mitnehmen, ne? Komm jetzt. Die Eile fahren. To ride the truck. Da, hier fahren wir gleich mit, Alain. Hier fahren wir gleich mit. Mit der Bache war hier. Ja, sie ist es. Ja. Aha. Da unten. Ich bin jetzt da runter, auch hier geht's runter, direkt. Die ist noch eckig an die anderen, ne? Ja, mein Gott. Guck mal, hier, das ist doch gar nicht. Wow! Ja! Haha! Sieht bei den Tropfen, Mann! Eigentlich hab ich keinen Bock mehr ändern zu werden, irgendwie. Ist doch voll sinnlos. Doch, nach der Ende nach Colossal werden wir los. Schwull! Gamescom! Gamescom! Gamescom 2! Ja voll, zeigt er zurück. Ja! Was? Dwayne? Nö, eigentlich nicht. Oh, das ist auch geil. Wollte schon immer mal fliegen. Wenn ich da drin war, würde ich bestimmt Pilot werden. Das ist da eh gut. Boah! Hallo Spencer! Hast du was gesagt? Schmetterling! 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 Ja holl. Schmetterling! Ja, das war mir zu schnell, ich will hier nicht so rum. Einsteigern, einsteigern. Sascha, mit der Herre jetzt. Das ist so spannend, der ist eingeschlafen, als wir in der Fahrt haben. Indisch. Meinet der Gap. Ich habe hier gerade meinen Kopf gestoßen.